So Leute, da sind wir ja schon wieder hier mit Resident Evil 6, mit Ada, mit dem Agenten, mit mir, Siphy und mit Yutis. Wieder mit dabei, immer mit dabei und niemals ohne. Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung. Wahrscheinlich läufst du in die falsche Richtung. Das mag sein. Huh, du kannst grad Vollpunkte aktivieren! Äh, halb nützlos. Agent! Lass mich nicht alleine! Toll! Ich kann da nicht durchschießen! So, jetzt geht's! Der ist schon tot. Ach, der ist schon tot. Kommt ja schon. Weißt du, da ist ja immer so ein Gitter dazwischen. Ja, ich weiß, ich hatte das schon ein paar Mal. Da konnte ich nicht durchschießen. Kann ich mal den Gegenstand aufgeben? Uh, nur weil der Gold ist. Das ist wohl eine Goldallergie, was? Ja. Ich glaube, ich habe allgemein eine Allergie gegen Türen. Du hast doch einfach Angst davor! Oh, meine Tür! Nur wussten sie, dass das meine größte Schwäche ist! So. Ich darf nur wieder hier! Ich bin da nicht wieder runter! So, und dies! Ich flieg da mal hin! Blub! Ah! Ah! Heute ist eigentlich mein Tag! Hoch, runter, hoch, runter! Oh, ich habe nicht aufgepasst, tut mir leid. Ich war von diesem hoch, runter total irritiert. Hoch, runter, hoch, runter? Ja, erst ziehst du dich hoch und dann fährst du runter. Ah, okay! Irgendwie war ich davon ein bisschen irritiert. Ich bin stumpf! Schön, dass ich schon so weit vorne bin! Du Cheater! Ey, Kameraperspektive, es ist wirklich ganz toll von dir, dass du dich einfach änderst! Alter hat mich angekotzt! Schwindel, du Affe! Was habt ihr gefrühstückt? Echt? Also in Leonszenario sind die nicht so so! Ich würde krabbeln. Hi Schwabbel! Wäre nice, wenn du gehen würdest. Wäre nice, wenn du nicht Luft auflösen würdest. Hat er das? Ja. Ey, was krabbelst du denn hier? Hallo? Gib mir deinen Zahn? Auge? Wo waren wir? Ach, Auge. Auge um Auge! Zahn um Zahn! Massen! Massen Schlägerei! Stirb! Ich glaube hier ist nicht noch einer. Kann niemand das Lauf? Da! Da! Kiste! Plus eins! Weil die lassen die Fähigkeitspunkte liegen! Der braucht Fähigkeitspunkte! Echt! Echt! So! Kann ich das hier nicht durchschneiden? Ich kann es auch nicht durchschneiden! Boah, ist da auch kein Messer! Ich könnte mit meinem Pfeil durchsiebeln! Das müsste doch archeritisch möglich sein! Durchschneiden! So! Kann unser Schädelfreund wieder ein bisschen glubschi-glubschi machen? Jeeey, da ist eine Kiste! Oh verarscht! Nicht für dich! Noch irgendwas? Wer war denn so ein blödes Familienwappen in so einem verklappten Ort auf? Ja, vor allen Dingen, wir feilt es in drei Stücke! Ach doch dadurch! Ach, wir können dahinter! Ach! Guck mal an! So! Nichts wie weg von hier! Ich muss immer wieder neu orientieren! Ahaaa! So was was bist du! Ja! Es war bei bei mir... Es war bei mir grad so komisch! Bei der ich grad du besten Zombie! Weil du so komisch rum gezittert hast! Muahhhh! Blob! Hast du wieder vergessen, in einen Tabletten zu nehmen, wahr? Ja, immer doch! Mein kleiner, hyperaktiver Freund! Oh, wenn Du selbst getötestest! Ja, aber wimti-z hast Du was getötet! Ja, stimmt. Und wieder geht's in die Tiefe! Huiiii! Toll den Wickel ja auch sparen können. Ja, hättest du allen nicht stehen bleiben können! Aber nein! Du würdest ja zumindest das Gefühl haben, dass du das machst. Ja, ich will das Gefühl sein, dass ich zumindest etwas zu nutzen bin. Ob man die wirklich mit Maschinengewehr kaputschießen kann? Ich glaub nicht. Hätte mich auch gewundert. Ich hab's noch nie ausprobiert mit Chris. Ich auch nicht. Ich hab auch nie Chris gespielt. Du spielst ja auch so oft mit Dave. Oh, jetzt sind wir da. Ja. Hurra! Oh Gott. Oh, hier war eine bekannte Stimme! Wer kann das sein? Ja, mal anlegen. Oh, so eine Armbrust hätte auch was für Link. Hm. Ein verstärkter Bogen. Ja. Links Crossbow Training. Ein Scheißspiel. Ja, der ganze Wiese war so narsch. Oh ja. Volltreffer! Ich hätt das nicht so gut gekonnt. Ich hätt das nicht so gut gekonnt. Guten Tag! Ich bin Ada und lass mein imaginäre Freund. Was? Wo? Wer ist er? Er steht direkt neben mir! Habt ihr einen Geist gesehen? Naja. Geist. Verstehst du? Oh. Oh, haha. Es ist so schade, dass Witz sind nicht lustig, wenn man die Point erklären muss. Mhm. Geilster Spruch. Ja. Genau wie Tiere waren, nicht wie ein Trinkwasser. Ich glaube, das weiß sie nicht mal sehr so genau. Ja, oder sie will es einfach nur geheim halten. Ja. Hurra! Der Leon ist da! Oh, im Ernst, können wir nicht mit dem weiter spielen? Wer hat ihm irgendeine Persönlichkeit? Du hast genug Persönlichkeit. Weil ich bin nicht mal da, da! In dir steckt genug Persönlichkeit zu 2. Du hast mehr Persönlichkeit und kleinen Finger als die ganzen Wettel- und Ewelcharaktere zusammen. Hm. Ach ja, ist das schön, dass man so unnützt ist und so weggelegt hat. Was nehme ich denn? Ja, das können wir nachladen. Hey! Ich habe noch gar nichts gemacht! Ich auch nicht! Schön, dass ihr und Helena so furchtbar fleißig sind! Richtig fleißige Wienchen! Dem ging gut so. Ja. Ich glaube, du hast das überlebt. Ich habe hier ein Hemd! Die Stiletten bei Helena ganz cool! Auch wenn man mich gerade nicht sieht! So, Helena, lauf vor! Los, lauf! 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 Denkst du, ich mache mir hier die Hände schmutzig oder was? Los, komm! Fangen wir einfach tolle Zombies vom Boden! Auch gut! Helena? Da ist Gegner! Ah, danke! Ich habe Modus Kraut! Brauchst du noch eins? Naja, weiß ich gar nicht. Ja, ich habe noch zwei Kräuter. Ah, ok. Erstmal Zip, Gustur, Helena, äh, Helena sag ich schon, Ada und Leon! Ich bin jetzt Helena! Null! Viel Spaß! Ich spiele jetzt ohne dich! Ich meine ohne den Agenten! Du kannst ja Leon spielen! Und dann befreien wir uns von diesem Szenario des Grauens! Wir haben vorbeigerutscht! Wie konnte mir das passieren? Na los, Helena! Tu was für deine nicht vorhandenes Geld! Oh, hi! Hi! Aua! Sag mal Leon, geht es dir noch gut? Ich habe wohl deinen Arm ins Gesicht gekriegt! Du hast eine schlanke Nase! Ich würde ja gerne den Hebel betätigen, aber... Das kann ich ja auch nicht! Das ist echt arm! Das hätten sie ja wenigstens mal machen können! Ich warte hier mal! Boah! Sie spielen mir wieder! Kannst du fallen! Mir geht es gut! Mir auch! Das ist schön! Wo ist er denn? Da unten! Bleib ich jetzt hier oben stehen! Hier fühl ich mich sehr sicher! Ich hab nichts gemacht! Mann, dass wir gleich in der Achterbahn fahren! Voll mit uns! Ey, ich wollte da oben bleiben! Da oben passt! Wie schöner als ihr! Oh ja! Nur, ich glaube das mache ich dann! Ja! Hier bin ich da! Ich bin da oben! Wir machen in der Mitte brechten! Ja! Wow! 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 Sie hat es auf mich abgesehen! ich glaube für dieses kapitel kriegen sehr schlechte werden gibt es jetzt noch nicht einmal getroffen jetzt habe ich sie getroffen sie hat mich ganz doll liebt nur weil ich schöner bin! die schöne und das Biest! Sie überleidet auf mein schwarzes Haar des Todes! ja schwarz ist eine Farbe des Todes! ach das wäre bestimmt niemand noch ein Verwölf! Neeeein! was habe ich das denn noch? ey ich wollte gerade die Waffe wechseln! nicht fair! ah blablabla! Debra! oh nein Debra! ich muss ja kopfschmeißen! das ist doch sonst kein Problem oder? bestimmt nicht! da gibt es auch bestimmt was von Ratzepang! Ratzepang! Gepreise! Gute Besser! Auuuch! 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 ich muss das machen, ich muss drehen drehen! ich muss sogar nicht drehen! Dankeschön Leute! Ihr habt einen imaginären Kumpel geleitet! ich darf ich keine Maschinengewehrmunition mehr! genau, Pfeile! das ist besser! große Waffenmaschinen! äh... wer Monizont mal Pfeile hat! äh... schon? hua! ich mach mich kaputt! kaputt sage ich! das ist dafür dass ich nichts wert bin! Pfeile! Pfeile! viel spaß! ich guck dir mal aus der sicheren Entfernung zu! ich kann ja mal die Explosionsfall gegen mich haben! doch hat die Gefühle auch übel! kann ich jetzt spülen? alter! ich will sie umbringen! ah ja! endlich! uah! jetzt! jetzt wird's lustig! Pfeile! Leon! mein Freund! lass mal die vasen halten! dann nehme ich mir schon! Dankeschön! Hallo! Schmirlappen! wie geht's? Na los! komm! seh zu! davor! Hallo! du? ey du Affe! hallo! ach du mach ich doch alleine! ich brauch dich nicht du Schlüssel! aua! ey der! helena! pass mal auf! äh! helena! wo ziehst du hin? ja! verballern mal deine Munition! äh! Nyon! willst du dir die Feind nicht angehalten? ich wollte gerade sagen! wo ist es hinter dir? schaffst du das? oh! er hat sie gerade selbst in Brand versteckt! das ist wunderbar! oh! da ist noch einer! hey so eine Pfeile mit super Pfeile an! ja! wer früher! ach! hier geht ja alles! ich renne mal ein Stück! blablablablabla! wie ist der denn mal? hab ich den schon überholt? ja! scheint so! ich will nicht drehen nicht mehr werden! ja! der muss ja glaube ich hier drehen oder? ja! oh! hallo Zombie! ach! das ist jetzt der Fall! ja! hier fallen manchmal so gute Zombies von der Decke, die stehen auf und sterben dann gleich wieder! ich seh dich! ja! du bist vor allem einander! du bist ausnahmsweise mal erster! ja! ich bin der erste! alter! stopp! wenn du dich nicht behaltest, bist du dritter! ich bin der erste schon da! hi Leon! aha! hier hat man aber auch viel zu tun! gerne! wow! irgendwer soll jetzt hier rüber hellen! was hast du getan? au! danke Leon! spart mir die Muni! ah! mein Agent! hallo! darf ich hier mal wieder raus? ich möchte gerne... ach! einsteigen ist in der Wiese! nicht aussteigen! ich möchte aber trotzdem ganz gerne aussteigen! Tschüss Agent! ich pack mich hin! wow! bevor hier irgendwas passiert! hm! ich glaube ich bin falsch rum! wo bin ich? wo bin ich? wo bin ich? wo ist sie hinten und vorne? ich bin jetzt da auf ihn! kehrungslos! hier ist vorne! wow! ich bin ein bisschen zu nah dran, glaube ich! Sam's Bein ist mir im Weg! Elena ist mir im Weg! ich seh nichts! könnt ihr euch bitte aus meiner Schussbank versacken? danke! hinter dir! danke Leon, dass du Platz machst für die Schießigkeit! Leon, geh da weg! ey! die Dinger ist im Weg! ja, mit meinem schlechten Treffskill habe ich irgendwie doch noch getroffen! oder du hast getroffen! das kann auch gut sein! falls du dich schossen hast! ui! ja, ich habe geschossen! ich habe aber keine Ahnung, wie ich mich getroffen bin! eigentlich auch! ui! au! ich glaube nicht! hast du gesehen, wie ich ausgewichen bin! wie unnudig! ja, aber funzt! das ist nämlich mein Ausweichen mit dem... mit dem... mit dem... mit dem... Dingsens! ah, vorne geht nicht hin! Aua! was war das? ein Explosionsstreis nein, ich glaube nicht! Aua! Fohle-Empfehl-Koppen! das ist praktisch nicht da zu sein! du bist schon weggeglitscht! ja! so Reflexe zu kommen! ist ja aus Versehen weggeglitscht! Aua! das stimmt weh! also mit dem Agent würde diese Szene jetzt richtig epic fehlen! und hier! weil ich mich nämlich schon bewegen kann! guck mir jetzt mal was! Danke, liebster Leon! ich hab gar nichts gemacht! ich sag ja, weil ich mich bewegen kann mit dieser Szene... Ups! keine Hektik! keine Dramatik! ja! das ist echt fail! du hast ja gesehen, bis ich die Waffe richtig gezückt hatte! aber die sind tot! jup! ja! ja! ich glaube mal, finde ich eigentlich ein bisschen ähm... fail? ja! das trifft es ganz gut! ein bisschen buggy! naja... buggy vielleicht nicht... ja, ich meine es hätte schlimmer kommen! nämlich hätte er auch durch Wände glitschen können oder sowas! ja! man merkt, dass er nachträglich dazu kam! ja! was ich aber cool finde! ja! zumindest so für uns hat das einen netten Feature! ja! 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 jetzt war das Bannding! meinejenigen, die da muss ich aber filtern! mhm! warum kannst du hier schon sehen? das macht eigentlich auch keinen Sinn, dass da ein Flashback bei Adas Part ist! ich meine, normalerweise hat man das ja schon in New York gesehen! mhm! eigentlich hätte man da irgendwie so ein anderes Ding machen können! naja, vielleicht damit man als Ada-Spieler das versteht! ja, ja! aber... ja, für gewöhnlich musst du sowieso erst ein Szenario durchspielen, um Adas überhaupt freizuschalten! stimmt! und für gewöhnlich fängt man eher eine Dion an, weil er ganz oben ist! stimmt! mal hat das Ding guten Empfang! mhm! das hat bestimmt seinen eigenen Handy-Anbieter! wahrscheinlich! ja, das heißt auch nicht Siemens, sondern uns zu nennen! ja! oder, ähm, nicht, das heißt nicht, ähm, D1, D2, Pfeil Fräsi! wahrscheinlich! oder eher 1! ey, eher 6 müsste es in dem Fall sein! oder, ey, eher eh 6! ja! mhm! 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 mhm!